Welcome at Banteler bietet unseren neuen Mitarbeitern die einmalige Möglichkeit, mehr über unsere Produkte, unser Unternehmen und unsere Werke zu erfahren und in Kontakt mit unterschiedlichen Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen zu kommen. Ich freue mich in den nächsten zwei Tagen, viele neue Kollegen und auf Banteler näher kennenzulernen. Echt super, dass es so etwas gibt. Es ging dann auch schon los, wir haben uns alle vernetzt und auch gleich gemerkt, dass trotz der 30.000 Mitarbeiter und den vielen unterschiedlichen Funktionen doch alle zusammengehören. Besonders spannend fand ich das Banteler World Café. Hier haben sich unter anderem die Divisionen Automotive, Steeltube und Distribution vorgestellt und alle unsere Fragen beantwortet. Und es sind so viele spannende Produkte und Informationen, dass dieser Workshop noch zwei Tage gehen könnte. Ich komme gerade von der Werksführung und es war schon echt beeindruckend, so nah an der Produktion zu sein. Das hat mir sehr gefallen. Das Welcome at Banteler Event ist richtig klasse. Also ich habe mich sehr darauf gefreut im Vorfeld und es ist einfach schön, dass man seine eigenen Ideen einbringen kann, dass man gleichzeitig auch viel Input bekommt zu Projektarbeit, zu Teamwork und man kann schon nach kurzer Zeit jetzt sagen, dass wir richtig zusammengewachsen in der Gruppe. Vogelschießen, Golfen, diesmal sind wir beim Wasserskifahren quasi das krönende Event-Highlight für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen. Die Veranstaltung war wirklich super, hat mir total viel Spaß gemacht. Gelungener Abschluss für ein super Event. Banteler makes it happen. Banteler ist ein sehr, sehr gut.